Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu DayZ. Es gibt nämlich eine Dinosaurier-Mod für das Spiel und die wollte ich mal mit euch gerne gemeinsam ausprobieren. Das heißt für uns, wir sind hier auf einer Insel mit anderen Spielern und Dinosauriern und wir müssen ums Überleben kämpfen. Ich bin sehr gespannt, ich habe DayZ früher schon mal gespielt, also so ein bisschen vertraut bin ich mit der Steuerung. Aber das ist schon wieder sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist halt so lange her, dass ich es schon ziemlich vergessen habe. Also wenn ich mal falsche Knöpfe oder so drücke oder irgendwas nicht klappt, seid mir bitte nicht böse. Wir sind jetzt aber auch irgendwo im Nirgendwo, aber ich habe schon ein Gewehr gefunden und eine Umhänge-Tasche, wie ihr sehen könnt. Leider ist das Gewehr noch ohne Munition, aber wir haben auch noch so ein paar Startsachen dabei. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt die Temperatur, glaube ich. Also das sind hier alles unsere Lebenswerte, keine Ahnung. Da müssen wir uns halt so ein bisschen reinfuchsen, trinken, essen, Blut wahrscheinlich, irgendwie sowas. Und scheint aber relativ kalt zu sein. Und das Inventar ist halt auch sehr komplex. Also keine Ahnung, was teilweise die Sachen hier bedeuten. Oh, wir haben eine Raptor-Klaue. Kann ich die auch hier in die Hand nehmen? Ah, tatsächlich. Das ist ja witzig. Wir können damit auch angreifen. Ah, cool. Na, ich werde aber lieber mal die Pistole in der Hand behalten. Ich hoffe, die ist auch geladen. Hört aber gut aus. Hört ihr das? Oh Gott, hier ist irgendwas. Könnte auch ein Wildschwein sein. Ich weiß nicht, was hier rumrennt. Ich habe tatsächlich hier noch keine andere Kreatur getroffen. Was ist das? Oh Gott, diese ganzen Sounds. Da kommt was. Hallo? How are you, my friend? Don't fight me. Okay, der redet auf jeden Fall nicht mit uns. Ich dachte gerade, der will uns unboxen. Oh, da ist was. Oh, den kenne ich. Ich weiß leider den Namen gerade nicht. Kann ich mal schießen? Okay, er fliegt einfach weg. Ich dachte, vielleicht können wir den ausschalten und uns genauer angucken. Ich hoffe, der greift uns nicht an. Aber ich glaube, der hat die Sounds gemacht. Aber wie heißt der denn nochmal? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber hier scheint nichts rumzuliegen. Ach, guck mal, da oben fliegt er. Das sind sogar mehrere. Der kommt aber jetzt nicht zu uns, oder? Ich hoffe, ich hoffe einfach mal nicht. Ich werde jetzt weiter wandern. Vielleicht können wir hier was finden. Gehen wir mal in die Ego-Perspektive. Dann können wir besser sehen im Haus. Und hier liegt ein Revolver. Mit Munition. Oh, das ist interessant. Den sollten wir auf jeden Fall einpacken. 112 Schuss. Ich glaube, den werde ich dann sogar als... meine Hauptwaffe nehmen. Ist das denn die richtige Muni? Ich glaube, die Muni passt leider nicht. Also behalten wir lieber dann die andere Waffe. Oder die, glaube ich, essen. Unbekannte Konserve. Nehmen wir auch mal mit. Ja, ich könnte jetzt auch eine andere Jacke oder so anziehen. Aber nee. Ich mag den Alan Grant Stil ganz gerne. Das passt sehr gut. Na, hier können wir auch nochmal reingucken in das Haus. Oh, eine Axt. Eine Axt ist natürlich sehr gut. Ah, ich glaube, wir haben keinen Platz dafür. Vielleicht werden wir ein bisschen umsortieren. Ich weiß es nicht. So, jetzt passt es. Ich glaube, die Axt packe ich erstmal auf Slot 1. Dann haben wir nämlich eine Nahkampfwaffe. Das ist, glaube ich, auch besser als eine Raptor-Klaue. Damit haben wir nämlich ein bisschen mehr Reichweite. Und solange wir keine Muni für das Gewehr haben, bringt uns das ja eh nichts. Das oben links sind übrigens irgendwelche Events. Sind für mich jetzt gerade erstmal uninteressant. Wir wollen jetzt erstmal hier erkunden. Und uns ausrüsten. Das ist halt eine komplette Ruinenstadt. Hier ist alles kaputt. Oh, das ist ein anderer Spieler. Hallo. I'm good. And you? You need a backpack pack. Yeah. Didn't found one yet. Oh, thank you. It's for me. Thank you so much. Ich weiß gar nicht, ob die mich hören können. Das ist auf jeden Fall ein Rucksack. Und eine schusssichere Weste. Und eine taktische Hose. Interessant. Ja, wie lieb. Ein Kukri auch noch. Ja, sehr cool. Guck mal, wir haben jetzt hier auch mehr Slots. Oh, das ist aber lieb. Der sieht aber auch sehr, sehr professionell ausgestattet aus. Okay, Hundefutter. Was zu trinken. Noch mehr essen. Ich glaube, das Überleben ist jetzt erstmal gesichert. Aber ich glaube, er kann mich halt leider nicht hören. Also ich habe irgendwie mein Mikrofon in-game, glaube ich, nicht richtig eingestellt. Da muss ich gleich nochmal neu starten, würde ich sagen. Good one. Thank you. You too. Ja, ich würde mal sagen, wir sind jetzt gut ausgestattet. Bis auf eine Waffe. Ich weiß halt nicht, ob da noch irgendwo was drin ist in den ganzen Sachen. Ich werde die mir gleich mal in Ruhe angucken. Ja, Munitions- und Waffentechnisch sieht es halt jetzt nicht so krass aus. Hätte uns halt leider nur eine Kukri gegeben. Aber was heißt nur? Aber da fährt er. Lebt wohl. Danke. Die Spenden. Das scheint hier alles abzufahren und alles zu luken. Und dann Fremden zu helfen. Sehr, sehr nett. Trink mal eben einen Schluck. Und ich hoffe, essen können wir auch. Sollen wir mal so Hundefutter versuchen zu essen? Oder trockene Nudeln? Geht das schon mal sehr gut. Das muss reichen. Dann nehme ich mal wieder die Waffe in die Hand. Und weiter geht's. Oh, hier ist einfach so eine selbstgebaute Granate. Die packe ich natürlich mal ein. Sollen wir die mal werfen? Der hat ja jetzt gar nicht den Zünder aktiviert, oder? Ich hoffe, das klappt. Ich glaube nicht, dass die explodieren wird. Ich habe die halt jetzt einfach weggeworfen. Bringt ja nicht viel. Aber ich kann die jetzt auch nicht wieder aufheben. Ja, das war Fail. Schade, schade. Egal. Wir haben übrigens auch so ein Knicklicht. Soll ich das mal anmachen? Oha. Ich hoffe nicht, dass das Dinosaurier anzieht. Aber bis jetzt haben wir noch keine wirklich gesehen. Nur den Einflugsaurier. Ich habe auch hier nichts gehört. Zum Glück. Ich habe den Rucksack und sowas jetzt aber mal wieder ausgezogen. Irgendwie war der mir ein bisschen zu klobig. Und so finde ich es ein bisschen schöner. So sehen wir halt mehr wie Alan Grant aus. Ich hätte gerne wieder so eine Umhängetasche, aber die habe ich leider nicht mehr. Vielleicht finden wir ja eine neue. Aber ich denke, so einen großen Rucksack brauchen wir halt allgemein nicht. Weil so viel müssen wir nicht transportieren. Die Leuchtfackel lasse ich mal hier liegen. Und dann gehen wir mal hier noch ein bisschen die Häuser durchstöbern. Vielleicht finden wir ja was Praktisches. Gewehrmunition wäre halt cool. Hier ist einfach mitten im Dschungel so ein Jägerstand. Vielleicht finden wir da ja irgendwas Interessantes. Oh, ich glaube, da ist wieder so eine Umhängetasche. Ah, perfekt. Ja, das heißt, wir haben jetzt wieder so eine schöne Tasche. Ja, wir rennen hier einfach durch den tiefsten Dschungel. Und noch habe ich keine Dinos gehört und auch nicht gesehen. Die Bäume knatschen ab und zu so ein bisschen seltsam. Oh, das hier vorne sieht so ein bisschen so aus, als wären das Militärzelte. Vielleicht finden wir hier ja Munition. Hier liegt ein Messer. Sieht sogar aus wie so ein Militärmesser. Wir haben ein Bayonett. Aber wir haben ja die Kukri, ne? Na, die finde ich ein bisschen cooler. Hier ist auch noch mal ein Gewehr. SSG 82. Was haben wir denn für eins? Ja, wir haben ein anderes. Ich denke mal, das hier ist besser, oder? Irgendwann haben wir das aus einer Militärstation. Und hier sind noch so Aufsätze für Waffen. Ich glaube, das kann ich nicht gebrauchen. Nicht für meine Waffen. Aber leider keinerlei Munition. Aber hier sind ja noch ein paar mehr Zelte. Und auch so Unterstände. Vielleicht ist ja hier auch noch was. Das sieht nicht so aus. Gehe ich nochmal in das Zelt. Oh, hier ist eine Blendgranate. Das ist natürlich interessant. Die nehmen wir mit. Vielleicht können wir damit ja Dinosaurier ablenken. Und hier wäre eine schusssichere Weste. Können wir einmal kurz anziehen. Will ich aber nicht haben. Oh, die hat sogar Muni. Ups. Ja, dann. Das wusste ich nicht. Gerade einfach mal ausprobiert. Weiß aber nicht, wie viel Muni. Ist jetzt noch was drin? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ne, das war es. Oh nein. Ich habe meinen einzigen Schuss verbraten. Ja, meine Sniper Muni habe ich jetzt verbraucht. Aber jetzt haben wir wenigstens eine Schrotflinte. Zumindest einen Schuss. Damit fühle ich mich schon mal sicherer. Also, falls irgendwas kommt, können wir uns zumindest einmal verteidigen. Oh, da vorne ist was. Ich glaube, das ist ein Dodo. Der wird mich schon nicht angreifen, oder? Aber er flüchtet. Ja, den lasse ich auf jeden Fall leben. Oh, ich glaube, das hier ist eine Base von irgendjemandem. Sieht zumindest so aus. Also, ich glaube, hier kann ich nicht reingehen. Na, dann gehen wir mal weiter. Das sieht ja auch krass runtergekommen aus, das Gebäude. Ich werde das mal durchsuchen. Vielleicht finde ich da was Spannendes. Leider habe ich bis jetzt nichts gefunden. Aber ich kletter gerade mal auf das Dach. Vielleicht können wir von hier oben ja irgendwas entdecken, oder so. Na, ich kann hier leider nichts hören oder sehen. Das heißt, wir müssen wieder runter. Hier ist auch eine Tankstelle. Aber hier scheint kein Auto zu sein, was man reparieren kann. Die Garagen hier sind jetzt auch relativ leer. Da gucke ich gar nicht erst rein. Ich würde halt sagen, dass wir versuchen, zum Airfield zu gehen. Oh, hier gibt es dann doch noch Zombies auf der Welt. Ich dachte, das wären alles Dinos. Jetzt habe ich zwei Bullets verschwendet. Der erste Schuss war leider nicht gut. Oh nein, da kommen noch mehr Zombies. Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Wie viele sind das? Ich glaube, ich sollte rennen. Das sind einfach fünf Zombies. Aua. Nicht stehen bleiben. Irgendwas ist da vorne. Versuch, da mal hinzukommen. Ich glaube, das war hier in diese Richtung. Vielleicht sollte ich mal schleichen. Oh, da vorne. Das ist ein Anki, glaube ich. Ich hoffe, der ist nicht aggro. Geh mal näher ran. Er hat uns noch nicht bemerkt. Ich hoffe echt, dass der uns nicht angreift. Ich glaube, hier sind auch noch mehr Ankies als dieser eine. Tappt, der macht nichts. Oh Gott. Er greift doch an. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir müssen durch die Bäume oder so rennen. Oh Gott. Das ist jetzt viel zu schnell. Hilfe. Schnell wieder in die Burg rein. Das ist unsere einzige Rettung. Oh, er kommt immer noch. Ich renne mal hier hoch. Oh Gott. Oh nein, ich komme hier nicht rein. Oh Gott. Oh. Ich glaube, hier sind wir erstmal safe. Habe ich noch Munition? Das war falsch. Das war falsch. So. Ich glaube, wir bluten. Okay, Anki ist auf jeden Fall nicht freundlich. Verbinde mich mal eben. Der ist halt immer noch wütend. Ich weiß nicht, ob wir hier wegkommen. Ich weiß auch nicht, was ich gerade machen kann. Morphin brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht. Oder meinte, das bringt was. Ne, kann ich gar nicht benutzen. Ich gehe einfach mal hier weg. Und dann versuche ich wieder runter zu kommen. Da sind auch noch Schüsse. Wir haben es halt gerade so überlebt. Ich bin auch total zerfetzt. Meine ganzen Klamotten sind dreckig und kaputt. Da vor uns im Dschungel sind noch weitere Ankis. Da sollten wir jetzt auf jeden Fall Abstand halten. Ich kann mich jetzt halt nicht nochmal mit einem davon anlegen. Dann sterbe ich. Bleibt dann mal auf dieser Seite. Ach krass, wo sind wir denn hier angekommen? Scheint hier irgendwie so eine riesige Stadt zu sein. Vielleicht finden wir hier irgendwas, um uns zu versorgen. Und vielleicht auch neue Klamotten. Aber ich glaube, mit den Klamotten ist es nicht so gut, wenn ich damit rumrenne. Wir sind halt total kaputt. Ich glaube, das Gebäude da vor uns, das ist ein Krankenhaus. Da werde ich mal versuchen, aufs Dach zu kommen. Und ich hoffe, dass hier irgendwas ist, um uns zu verarzten. Aber ich glaube, allzu gut geht es uns nicht. Aber das Dach scheint irgendwie leer zu sein. Kann gut sein, dass hier schon jemand war und alles mitgenommen hat. Hier ist halt auch nichts. Dann müssen wir wieder runter. Ich kann natürlich auch noch die Innenräume auf jeden Fall untersuchen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie was oder so. Leider war hier nichts Interessantes mehr drin. Das heißt, wir müssen weitersuchen. Ja, hier gibt es ja noch viele Gebäude. Da finden wir bestimmt noch irgendwas. Ja, ich habe auf jeden Fall eine neue Jacke gefunden. Das ist doch schon mal ganz gut. Irgendwas schreit hier im Dschungel schon wieder rum. Also wir sind auf jeden Fall nicht allein. Aber sehen kann ich nichts. Aber ich habe gerade ein bisschen Angst. Ihr habt ja gerade gesehen, was der Anki mit mir angerichtet hat. Oh, das klingt echt nah. Wir müssen richtig aufpassen. Aber ich bin auch echt neugierig. Ich werde jetzt sehen, was es ist. Oh, das ist direkt vor uns. Oh, das ist ein Triceratops, glaube ich. Ne, das ist ein... Irgendwas anderes. Ein Kasmo oder so? Ich würde ihn gerne mal von vorne sehen. Es könnte super gefährlich sein. Ich glaube, das ist ein Pachirino. Ich glaube, das ist ein Pachirino. Ich habe auf jeden Fall Angst davor. Ich habe auf jeden Fall Angst davor. Der kommt genau auf uns zu. Ich glaube, wir sollten verschwinden. Sterben wollte ich ungerne. Oh, vor uns ist noch was. Ich glaube, das ist gerade ein Kasmo und das ist ein Pachirino. Hier sind jetzt überall auf einmal Dinosaurier. Das ist echt verrückt. Ich gehe mal ein bisschen weiter rechts und versuche an dem vorbeizukommen. Ich bin jetzt bei dem Airfield angekommen. Ein sehr gefährlicher Ort, weil hier ist auch Kriegsgebiet. Das heißt, andere Spieler dürfen mich einfach abschießen. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich hier gute Waffen finde. Weil ich brauche was Besseres, um mich gegen die Dinos verteidigen zu können. Also, was brauche ich nicht? Beton. Das ist halt, wenn man sich eine Base bauen will, dann braucht man solche Sachen. Da vorne steht halt auch einfach ein Flugzeug. Ob man damit fliegen kann? Na, ich glaube nicht. Sieht sehr kaputt aus. Ich gehe mal da in den Tower. Vielleicht finden wir da was Gutes. Da vorne läuft wer. Ah, ist ein Zombie, okay. Also nicht interessant für uns. Oh, ich werde beschossen. Oh, das wird auf jeden Fall anders geschossen. Aber ich glaube, das war auf mich. Vielleicht auch nicht. So, jetzt sind wir ganz oben angekommen. Jetzt wird es gefährlich. Aber es sieht halt nicht so aus, als wenn hier irgendwas ist. Ich laufe jetzt einmal außen. Jetzt wird auch direkt wieder geschossen. Ich bin tot. Okay. Aber das war doch jetzt schon mal ein echt cooler Ersteindruck von der Mod. Hat echt Spaß gemacht. Leider haben wir gar kein Fleischfresser oder sowas gefunden. Das wäre noch cool gewesen. Aber wäre ich wahrscheinlich eher einfach draufgegangen. Falls ihr mehr von dieser Jurassic Day Z Mod sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like und einem Kommentar wissen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Ich war kümmert.